Hallo Leute, und herzlich willkommen zu einer kleinen spontanen Runde CSGO Wettrüsten. Ich bin noch in keiner Lobby drin, boah, das ist mir hier irgendwie ein bisschen zu stickig. Ich glaube, ich mach mal das Fenster hier auf. Fiete, Bock auf eine Fußball-Challenge? Ah, war klaro! Ja! Oh, hallo, da seid ihr schon. Für viele, ich spiele seit sechs Jahren Hallenfußball und ja, ich drehe heute gegen Spurballer an, die gerade neu angefangen hat. Und ja, ich schaue mal, wie sie sich so schlägt gegen mich. Und ich spiele Hallenschach. Unsere erste Disziplin ist Lattenschießen. Oh, hallo, hallo, hallo! Letzter Versuch von Fiete. ... ... ... Auch wenn ich schon gewonnen habe, ich mache noch einen extra Schuss. Okay Jungs, die erste Runde habe ich wohl jetzt gewinnen lassen, aber jetzt machen wir Elfmeter schießen und jetzt kriege ich da keinen rein. Oh Leute, ihr wisst, die freshener sind, die frische Deku, wir kriegen ins Aspen und das ist nicht dabei zu. In der tongue ist Dofakin, Dragonborn. Los geht's! Okay Jungs, wenn ich den jetzt reinschieße, dann habe ich gewonnen und Spurwelle hat verloren, okay? Es geht um alle. Zweite Challenge habe ich gewonnen, weil meiner war knapp am Tor vorbei. Jetzt kommt die letzte Challenge hoch. 2.000 Jahre später. Jetzt bin ich dran. Das ist jetzt top. Die Zahl hätte unten eingeblendet, jetzt komme ich. Yo Leute, ich habe die Challenge gewonnen. Ja, also ich habe die Challenge gewonnen. Jetzt kommen wir zur Bestrafung. Wir haben auch Video, dass ich gewonnen habe. Guckst du dir an? Ich habe gewonnen? Bist du ein Bruder hier? Wie oft weißt du Norellen? Zweimalig? Hä? Alter, lüg mal nicht. Das ist das letzte Mal, dass ich mit dir aufnehme. Nee, okay, es war schlecht. Okay Leute, wir müssen uns darauf beeinigt. Ich habe zwar gewonnen, aber ich bin Ehrenmann. Ich nehme die Bestrafung gerne entgegen. Bestrafung ist Arschtratzen. Ich habe die Anlage gelassen. Ich bin die Einheiten. Ich habe den wir in der Baustung. Ich werde den Weißen nicht bereit sein. Ich werde die Zeichen nicht herabschmerzen. Ich habe die Anlage vorgestellt. Ich habe die Anlage geflogen. Ich habe die Anlage geflogen. Ich habe die Anlage geguckt. Ich werde sie ein paar Minuten ansehen. Vielen Dank.